gott auftrags angebot sollte mal gucken aufträge was heißt denn jetzt firma auftrag das verstehe ich jetzt nicht ganz das ist doch die firma die doch wo jetzt gerade bin oder nicht fahrzeug einstellung warum bin ich eigentlich so verkorkst hier er hat ihn komplett verschoben irgendwie so das glaube besser war gut 90 wäre schon gut so spiegel licht einstellen muss man ja alles einstellen wie vorne ach so das ist der ist der das ist gut so gleich soweit ich habe das noch nie gemacht hier mit dem scheiß so das ist der weitwinkel ok gut weitwinkel rechts ok wunderbar licht was sagt licht sieht man wieder nichts hier gut der komische der war nämlich ganz ganz anders eingestellt so gut auftrag jetzt noch mal kurz speichern aber ganz ehrlich ja diese edm das ist dieses programm hier bretzel ist alles nicht schlecht aber es bringt nur so eine kacke so eine einschlafmucke da was soll der kacke das ist doch keine mucke kein wunder warum die gema frei ist so jetzt hier ein bisschen hier outrufmusik hier hoffentlich so ähm auftrag aufträge ja ich hab noch einen nach mannheim habt ihr auch ein nach mannheim das intelligenteste wäre jetzt eigentlich wenn man discord mal über einen sprach steht glaube ich reingehen würden glaube ich da können wir uns nicht verständigen gut dann gehen wir mal in discord rein warte mal ich mach mal kurz bildschirm weg und dann können wir das mal schnell machen das war glaube ich am sinnvollsten ähm jetzt seid ihr eh alle da drinnen muss ja das aber erstmal noch einstellen hier so aber jetzt würde man mich eigentlich verstehen hoffe ich doch okay ich höre nix warte mal äh worüber habe ich das gemacht sprach video chat warte mal ausgabegerät ist das hier warte mal jetzt höre ich euch gut hallo hallo hört ihr mich scheiße so eingabegerät müsste das hier sein so aber jetzt hallo jetzt hört er mich oder gut super dann herzlich willkommen zur therapie stunde wer fängt an ich habe ein starkes spielproblem okay warte mal jetzt das nächste hört man euch überhaupt im stream ich glaube nicht warte mal so das haben wir nämlich vorher noch gar nicht eingestellt hier mit discord ja ich weiß sowas war schon vorher ach ne moment das brauche ich hier gar nicht einzustellen moment das habe ich anders gemacht und zwar habe ich das genau sprachprogramme warte mal habe ich hier drüber aber das habe ich so gemacht dass ich nämlich mit meinem anderen profil warte kommt gleich noch einer dazu nicht wundern das bin ich ich habe mir nämlich ein streamer bot gemacht sozusagen also was heißt streamer bot aber ein streamer profil und darüber gehe ich jetzt auch in discord rein und der nutt dann sozusagen die ganzen aufnahmen auf so so test test check check warum höre ich mich jetzt doppelt so ich weiß nicht so test test check check gut ok sollte eigentlich gehen sagt mal was ja hallo gut wird aufgenommen super schön jetzt klappt wieder alles jetzt kann ich nämlich hier auch wieder ein bisschen den sound wieder höher drehen ich glaube du bist gerade rausgeflogen aus dem server weil du musstest dann ich musste mich bewegen genau du musstest dann LKW-Bar mit zur Seite schieben so genau ich bin vom LKW äh vom Server gekickt worden oh diese Kabel hier man grauenvoll kann nicht endlich mal alles im bluetooth funktionieren geht doch ja gibt's aber die halten nicht lange das ist ja das dann hast du aber an den bluetooth geräten aufweise kabel mit das leden laden kannst dir so ähm wie komme ich da jetzt wieder rein äh spielneustarten 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 gut dann machen wir das oh oh das ist das ist already running was nicht schon wieder komm mach das mal weg hier anhalten Geht gleich weiter hier. Geht gleich weiter. Was ist denn SGP? SGP-Simulation? US? Na gut, US ist ja klar. Aber was ist denn SGP? Wisst ihr das, was SGP ist? Keine Ahnung. Sozialgetriebene Person. Ich weiß nicht. Ja gut. Also AK, das ist einfach ballern, das ist klar. Ja, das hat auch ab und zu mal Spaß gemacht. Hast du da neue Server dazugekommen, sehe ich gerade. Aber erst ab mit dem letzten Update jetzt. Die waren vorhin noch nicht da. Nee. Egal. Gehen wir wieder auf Simulation 2. So. Gucken. So, Auftragsangebote. Also ich hatte noch einen Erfurt. Nach Mannheim. Wieder Äpfel. Ja, wenn nicht. Ich musste sowieso gerade woanders hin als ihr. Warte mal. Dann komme ich mal zu euch. Dann fahre ich mal kurz die Strecke zu euch. Ja, wir sind ja alle in Traubmann. Also ich glaube, das zählt ja für alle. Da muss ich noch eine Stadt sein. Wo? Es gibt eh die seltenen Aufträge zu sagen. Das ist ja mal blöd. Die Frage ist, wo ihr jetzt seid. In einer Garage. In einer Garage. Ich wurde in einem Rostplatz. Die habe ich ja noch gar nicht, die Garage hier. Ich bin erst mal in der Warteschlange hier. 43. Vor mir. Ich wurde aber schon aus dem Server gekriegt. Weil ich immer nur Rumpfstatt aus der Seele mitten auf der Straße. was da tun soll. So, da hinten seid ihr. Ich glaube, ich fliege auch gar nicht wieder raus. Weil keiner bewegt sich hier. irgendwie auch gar nicht. Ich bin einfach nicht mehr. ich bin einfach nicht mehr. Jetzt fliege auch gar nicht. Ich bin echt nicht mehr. in der Quadrant. In der Quadrant Trading. ich bin einfach ganz schön genau. da ist er in die gründe 180.000 ruhig kaufen war toll ein kredit von briss ja nicht was er gesagt warum bist du da drinnen gefangen weil er glaube ich sein also er hat seine dinge ausgebaut man kann die ja ausbauen größer sieht ja für jeden anders aus alles klar ich sollte auch gleich bei ihm drinnen sein da kann ich eine ruhepause einlegen ok sollte ich vielleicht mal machen ja da sind ja trotzdem noch hier oder ja ich glaube die ruhepause bringt glaube ich nix im multiplayer ich hab doch nie eine ruhepause gemacht ok und ich spiel das ja nur jetzt bin ich gerade falsch rum in die garage gefahren jetzt geht das scheiß tor nicht mehr auf jetzt bist du auch wieder raus geflogen ja ich frage mich immer mehr wie das zur besten mode werden konnte ich weiß eigentlich wie gut funktioniert eigentlich meistens auch schon stunden hier vertreten ich habe sowas selben erlebt ist das vielleicht auf den ersten video vielleicht besser so einfach muss man kurz ausprobieren man startet ja eh genau da wo man aufgehört hat also gut dann wechseln wir am besten mal zum ersten also nämlich noch nicht gerade so viele da mal gucken weil in der kurzen zeit jetzt schon drei viermal disconnect also das ist schon heftig also kann man eine strecke gefahren ich hatte heute auch noch 2000 kilometer tour gehabt ich habe über eine stunde gebraucht also ich nicht ich auch nicht was ist daran anders wo ich aber gerade größere karte so simulation 1 mal gucken ich weiß gar nicht wie das geht also wie das so genau funktioniert das weiß ich auch nicht ich habe schon ein paar leute gesehen die haben schon die gleichen namen teilweise vor dem spielern namen aber ich weiß nicht wie das geht ich habe die früher genommen benutzt um aufträge zu schreiben zu schreiben ja ok ok wir müssen uns doch mal auseinandersetzen irgendwann mal gucken gut aber wer bestimmt jetzt zu aufwändig war ich will schon zwei drei minuten für nehmen ein bisschen ein bisschen so ich bin wieder drauf also Andy sehe ich vor mir und Mike auch gut Mike? Wer ist Mike? Mensch, Mike ist ja ein anderer Kumpel von mir. Ja, ihr habt beide M. Das ist fatal. Ja, das war in der Schule auch so bei mir immer. Ich wurde immer Mike genannt. Ja, ganz oft schon. Okay, das liegt wirklich an dem M. Weil man verbindet mal das M immer mit Mike. Es gibt auch welche, die mich bänden. Verstehe ich auch nicht. Ja, weil es gibt einen in der Stadt, wo ich wohne, weil sie, ich weiß nicht, die sagen immer ja, die ist natürlich echt ähnlich. Ich dachte so, nein. Da habe ich Ben das erste Mal dann gesehen. Ich dachte mir so, nie im Leben. Der ist doppelt so breit wie ich. Okay. Ja, und das liegt nur daran, wie wir beide aus Thailand kommen. Deswegen vergleichen wir das immer so. Ja, okay, sieht alle eh gleich aus. Alles klar. So, ich habe jetzt hier ganz viele eigentlich von Dortmund weg. Das teuerste wäre jetzt Dortmund-Frankfurt nach Frankfurt am Main. Fast 10.000 Doppelanhänger. Aber den schaffe ich glaube ich ja nicht. Oder? Auch nicht. Doch, noch ein bisschen länger. Also wollen wir jetzt nach Frankfurt was? Ich gucke gerade, ob ich auch was nach Frankfurt habe. Kupferdachrin. 13 Tonnen ist das. Platz, der sitze ich gerade bei der Spiegelung. Jetzt attackiert die sich gerade selber. Ähm. Frankfurt. Ich habe nichts nach Frankfurt. Ah, ich kann auch aktualisieren. Hm. Ich habe nichts nach Frankfurt. Ist auch nichts nach Frankfurt? Nee, nee. Was habt ihr denn? Aber im Prinzip müsst ihr beide nur gucken, dass ihr was gleiches habt. Ich kann mir nur, falls was passt. Ja, du hast einen Hänger, ne? Ja, der ist super. Ich kann mir auch selber Aufträge erstellen. Ich kann auch mal eine ruhige Minute zum Wachlosen. Okay. Ich und mein Bruder haben das früher, Benji haben das früher auch immer gespielt. Und irgendwann so Probleme immer zusammen zu kriegen, irgendwie. Ja, ich hab das auf Zora zu viert gespielt, um da einen Auftrag zu finden. Wie ist das, wenn man dann eigentlich einen eigenen Hänger hat oder so? Ist es dann leichter? Kann leichter werden, dass es immer so ist, heißt es natürlich jetzt nicht, weil du schon mehr wurde, gucken kannst. Ich kann jetzt in allem gucken. Okay. Irgendwann würde ich mir meinen zulegen, klar. Ich hab irgendwann angefangen, über Spedition zu fahren, was ich mir mit dem Einhänger nicht hingekriegt habe mit dem Aufträge schreiben. Das ist mir jetzt auch irgendwann mal erklärt. Ich muss mir das mal angucken, wie das ist mit der Spedition denn. Okay, Duisburg, ne, aber ich weiß nicht. Gibt es ja in jedem Stadt, ne? Von da aus kann man dann ... Was nach Rotterdam? Holland? Was nach Holland? Bisschen weit weg, was? Schnell. Geht. Achso. Heide weg, ich habe eine Ecke. Also echt nicht ein kurzer Hänger für so einen Riesen-Ecke. Ich hoffe, ich habe das. Also ich habe ja was nach Luxemburg, Hannover, Berlin. Ihr habt bestimmt schon DLCs, wa? Ich habe alle. Ich habe glaube ich, warte mal, Vereinigtes Königreich habe ich, Norwegen, Schweden, Finnland, Russland. Ne, die habe ich nicht, oder? Doch, die müsste ich ja nicht haben, oder? Türkei, Bulgarien, oder? Ne, sobald du die hast, dann werden dann die Punkte angezeigt. Also die Standorte, die Garagen, glaube ich. Also so halb Frankreich habe ich, halb Italien, also viertel Italien habe ich. Ein Punkt in Slowakei, Polen ein paar. Ja, diese Schweden habe ich gar nicht. Dänemark habe ich, Niederlande hätte ich. Roland hat gar nicht. Volk, weil da jede gesassen muss. Doch hier Niederlande, Amsterdam, Rotterdam, Groningen. Die Punkte hätte ich. Aber das ist keine Fahrt frei. Keine Fahrt für mich. Ich hoffe, ob ich Frankfurt nicht habe. Wo ich schon mehrmals aktualisiert habe. Ist doch egal, dann nimm einfach mal eine andere. Vielleicht finden wir eine. Also ich habe, Rotterdam habe ich auch. Dort nach Rotterdam habe ich Altkunststoff, 15 Tonnen. Rotterdam hätte ich auch. Ich glaube, ich glaube, jetzt ist man Rotterdam weg. Ja, weil ich es aktualisiert habe und mitgeguckt habe. Sag einfach mal du, was du hast. Oh, ich habe ganz weit in Frankreich rein, ganz weit nach. Mach mal am besten Preisstrecken-Einheit. Also das habe ich ein. Ja, das habe ich auch. Preisstrecke. Vielleicht was auch, Cambridge. Das sollte man an die Freiheit haben. Also England. Da habe ich gar nichts. Ich habe Hannover, Berlin, Duisburg, Osnabrück, Dortmund, Luxemburg. Luxemburg habe ich sogar mehr. Vielleicht bei externe Aufträge. Unten. Ach so, World of Tanks. Ah, okay. Okay, dann muss man sich anmelden. Rief mich mal kurz. Zack, zack. Ich habe was nach Hamburg. Hamburg? Ich habe ja nur Hannover. Ah, scheiße. Ah, ich habe auch was nach Hannover. Ich habe es gefunden. Hannover, ich habe auch was nach Hannover. Hannover, Hannover, ja. Na, in Hannover oder nie? Dortmund, Hannover. Altkunststoff, sieben Tonnen. Ich habe auch Altkunststoff. Gut. Dann nehmen wir das. Du auch, Andy? Nach Hannover, ja. Gut. Dann auf nach Hannover. Ich muss mich machen. Ich muss nach KV abholen. Ja, KV. Ja. Auf nach KV. Boah, da kam gerade einer. Meine Bahn hat mir fast einen Unfall beursacht hier. Weil ich eine Schmelle gesehen habe. Ah, wenn mit so einem riesen LKWs. Ah, toll. Das bin ich auf der falschen Straße, Leute. Super. Jetzt habe ich ein Schild mitgerissen. Wolltest du durch den Busch raus? Also, ich mache jetzt mal Doppelklick drauf, dann macht er alles automatisch. Dann musst du nur hinfahren und dann den Hänger abholen. Ah, okay. Hm. Logen, ich muss nach Tweet, wie das heißt. Tweet, glaube ich. Ich weiß nicht, wie das heißt. Tweet, ja, du warst halt immer. Kann ich eigentlich den Hänger auswählen, hä? Ich kann dir den Hänger auswählen. Ja, du kannst dir verändern. Okay. Wie ich gerne. Was bringt das? Nix. Okay. Ah, gut. So. Was ist denn los? Wo steht er denn? Da steht er. Schupp. Ah, Junge. Fertig zum Losfahren. Gut, fertig zum Losfahren. Alles klar. Na denn. Auf geht's. Wer fährt voraus, fahr du voraus. Das muss ich ja aber ganz stark an dem Säden. Ah. Ja. Vielleicht nicht verkallt mich. Nö. Ah, ein Brotenschaden. Das geht alles, Jutta. Andy, wo bist du? Ich muss mal einen Dix noch wollen. Ich muss jetzt einen Hänger bei Triid abholen, ne? Auftragste abholen. Hm. Ich war im Hänger unterwegs. Ach so. Okay. Gut. Ich bin hinter dir, Mark. Ja, ich seh's. Oh, ich sollte mal langsam auf der Fahrt. Ich hab ne rote Ampel erwischt. Ah, fahr ruhig. Ich hol dich bestimmt eher hin. Vielleicht auch nicht.